Oh yeah! Willkommen bei Spawn Ein Spiel von Acclaim Guten Tag, hier ist der Beardsplay Grüß euch So, wir starten Ein neues Spiel 13 Child Upducted Child New York City I've tracked the children this far and the trail ends here Where are they? Where are the children? Kids? What kids, man? I just know We got paid heavy by some New face to keep everybody out of that warehouse Und wir sind jetzt hier in Spawn So, jetzt erstmal gucken, wie die Steuerung hier funktioniert Guck mal, da springen sie hier eine nach dem anderen Spawn ist halt ein Prügler Ähnlich wie es Sag mal Ähnlich wie es Batman damals zum Beispiel war Und ich habe diese Spiele leider nie gespielt Aber ich habe mal ein bisschen was zu gesehen Ich muss auch erstmal die Steuerung umstellen Gucken, ob ich es hier ohne Dings schaffe Aber ich muss auch besiegen Wow Ohne Safe States Keiner vermöbelt ihr Spawn, ihr dreckigen Bam Ich werde auch noch gleich, wie gesagt, ein bisschen was zu erzählen Oh Also wie es aussieht, haben wir kein Timing Ich glaube, wir ziehen zwar eine Zahl Aber die ist, glaube ich, unrelevant für uns Wenn ich die Sprungtaste quasi gedrückt halte Kann ich dann Die In meinem Fall so ein bisschen abusen Das geht Oh, hi Wollen wir noch irgendwelche Kombos machen? Man kann Uppercut ausführen Ich sag mal, da vorne drücke, kann ich rennen Ja, ich muss erstmal, wie gesagt, so in die Steuerung so ein bisschen reinkommen Aber Ja, guck dir mal Guck dir mal die Sprites von denen an Boah, alter, was hat der für eine Hitbox Wie gesagt, ich muss mich erstmal mit der Steuerung so ein bisschen vertraut machen Ist nicht einfach, das Spiel, wie es aussieht Ja, genau, hat er mich in der Luft getroffen, der Sack Sag mal In deine Fresse, Junge Hör mal auf, ihn mit Monus zu schmeißen Das ist eigentlich mit dem Hubschrauber verkehrt Und verfolgt er mich als Wie wir sehen, Energie wird auch nicht gedroppt Das sagt schon einiges über dieses Spiel aus Diese Rohrfuzzis, ne Richtige, richtige Penner sind das hier Yes, das war gut Okay, wir haben es geschafft Na geil Oh shit, jetzt darf ich gegen den noch Scheiß, ich bin tot Continue Okay, ich dachte, beim Boss ist es nett Wow Wow Der hat eine sehr bedrohliche Hitbox Aber den Streetfighter-Trick machen die noch aus der Luftboxen Feige, aber auch Morn jetzt kommen, ey Ich weiß nicht, wie viele Continuums ich habe Ja, was willst du da machen? Wenn der hier erstmal so Rambo-mäßig auf einen zukommt Unspann, ich weiß, aber Ich hänge irgendwo einmal im Leben Yes Upper Cut Ja, ich habe das Timing nicht raus, ich weiß Ja, jetzt hat er mich Ja, weil du ein Penner bist halt, ne Ja, guck's dir an Ja, so wie ein Spiele damals Jetzt habe ich ihn Haben wir geschafft Es geht nahtlos weiter Ja, wie gesagt, ich wollte ein bisschen was zu Spawn erzählen Wer Spawn nicht kennt, das ist ein Comic Da kenne ich mich jetzt leider nicht ganz so aus Müsste Also er gehört nicht zum Marvel-Universum, soweit ich weiß Aber ich glaube DC auch nicht Also Ich glaube er gehört zu einem Comic-Verlag, der glaube ich zu DC gehört Aber hundertprozentig, wie gesagt, weiß ich es nicht Es gab mal dazu leider Äh, was heißt leider Es gab dazu mal einen Film Der leider nicht so gut war Boah, ich muss gerade aufstoßen Okay, wieder gut Ja, aber die damaligen Special Effects von dem Film, die waren echt nicht schlecht Und als ich dazu gesehen habe, dass es da ein Super Nintendo-Spiel gibt Weil es gab leider kein gutes Spiel mehr von Spawn, soweit ich das mitverfolgen konnte Er hatte ab und zu mal ein paar Auftritte gehabt In auch Fighting-Games Ja, danke Wie zum Beispiel, äh, ein Soul Calibur oder Mortal Kombat war es Ich bin mir da echt nicht mehr sicher Sag mal Ja, guck mal, wie der nicht will Jetzt habe ich die hier aber Sack Genau Ey Ey Oh, das war gut Alles zweimal auf Dreieck Das ist einfach dieser Dash Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Dann kann ich doch einfach auch die ganze Zeit den umdashen Macht aber nicht so viel Schaden anscheinend Sag mal Aufs Maul oder was? Dich habe ich gesehen Boi Ich auch Ja, ich hoffe euch das Äh, ich hoffe immer, dass euch das Spiel zusagt Ist ein Ja, sag mal Sehr Typ, ne? Hab ich ihn jetzt? Ich glaube, ja Ist mal Ach, du schon wieder Overkill halt Ne Overtkill Ich bin sorry, mein Mann war nicht so viel Ich habe mir eine Herausforderung für dich Eine Herausforderung Meine Leute waren also keine Herausforderung für dich So es ist hart zu finden, gute Hilfe Es ist so schwer, heutzutage gute Hilfe zu finden Bist du weg, Overkill Ich bin hier, um die Kinder zu retten Und ich habe keine Zeit dafür Gehe weg und ich werde dich in einem Stück Vielleicht Ich gebe dir die Chance abzuhauen Vielleicht dass ich dich in einem Stück leben Vielleicht aber auch nicht Can't do that, Hero I've been coming Was, so das heißt I'm coming Soined By some Guy Named Ich wurde aber oft Von einem Tüb Der Angel To keep everybody Outer Der Warehouse Und If you could Crush You into Pa... Past Well, hey Das ist just A French benefit Also Ich bin nicht in der Warehouse Lassen Er hat einen Auftrag bekommen Von irgendjemandem Und lässt uns nicht da rein Achso, der wiederholt seine Sätze jetzt nochmal Okay, alles klar Ich weiß nicht, wie man den ersten Angriff von dem dodged Der ist jetzt irgendwie mehr angry geworden Kann man irgendwie blocken? Man kann blocken Aber irgendwie auch nicht Das Spiel ist echt schwierig Der Typ ist auch echt super anstrengend mit seinen komischen Attacken, ja Wie man das ausweicht Keine Ahnung Was kann er denn... Was kann es bohren denn noch so? Das ist aber anscheinend ein stärker Schlag Ich kann nicht mal aufstehen Seht ihr das? Ah, okay Oh, er kann auch ballern Warum ist dieses Spiel so schwer? Ich hatte mir vor, ich hätte Hätte eine begrenzte Continuous Ich weiß nicht, ob man eine begrenzte Continuous hat Aber keine Ahnung Ach, ja, wie man diesen Slash Ich weiß nicht, wie mir die Attacke geht, Mann Jetzt lass mich doch mal aufstehen Sag mal Du bist hier Penner vom Dienst, oder was? Gott, ey Pestbolzen Du solltest wirklich eine neue Linie von Arbeit finden So, das war die Stage, denke ich mal Ach, Spawn kann auch, äh, Walljumps Okay Jumpt er dann automatisch zum nächsten Ziel? Ist aber interessant Okay, ich muss nochmal herausfinden Äh Ich muss nochmal herausfinden, wie es mit dieser Steuerung hier funktioniert Aber es reicht vom Jumper auch so Do what the man paid us for Bring him down Na, na, geil Also, Parts kenne ich auch aus anderen Spielen Oh nein Äh Na, danke Oh Gott, ja Jetzt haben sie mich Das mit dem Walljump hier, wie gesagt, ist gar nicht so einfach Da bin ich schon tot Und nochmal Aber irgendwie ist es geil Also, so spiele ich diese Art bitte mehr davon Ah, jetzt habe ich es nicht ganz geschafft War ich ein Pixel zu weit Aus deinem Charakter-Modell finde ich es super geil Also, das ist echt mal so ein Held Der auch mehr so eigentlich Anti-Held ist Und ich finde es halt schade, dass es So viele Reboots gibt es von Filmen Aber von dem halt nicht Und Ja, wie gesagt Für mich ein klasse Held Auch von seinem Design her unglaublich cool Das ist halt so düster brutal Sowas Vermisse ich halt irgendwie Die ganzen Marvel-Helden Nichts so an sich gegen Marvel Aber die sind halt alle so nett Und Swann zum Beispiel Der ist halt nicht nett Der ist halt kompromisslos Achso, da kommt immer wieder ein neuer Gegner Okay Der Messer-Dude Ja, genau Euch kenne ich auch noch Dann boxen wir den einfach mal um So Wie er mit seinem Messer rumfurtelt, ne? Dich krieg ich Dich krieg ich Hat er auch gedacht, ne? Ich wüsste gerne, was er um die Zahlen da zu bedeuten haben Aber ich habe auch keine Ahnung Ach ja Cooler Ich kann mich da nicht Ich kann mich da überhaupt nicht ducken Sag mal Papa Papa Okay, weiter geht's Das ist ja so putzig 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 I have to All you must do is die I don't care about these children If you have to I have to I simply destroy them to get to you Oh, Autoscroller Hey, der sieht nice gestaltet aus Aber ich würde sagen, diesem Boss widmen wir uns In der nächsten Folge von Spawn Also, macht's gut Wenn ihr wollt, schreibt mir gerne ein Like auf dieses Video da Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare Dann haue ich noch mehr solcher Spiele raus Von alten, ja, Super Nintendo Klassiker, ist ein Spawn eigentlich nicht, aber Hat mal wieder Bock auf alte NES-Spiele Also dann Bleibt euch schon wieder, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss